Kann ich in der passiven Phase der Altersteilzeit eine Rente beantragen? Was passiert dann? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de, da geht es um das Thema, ich bin in der passiven Phase der Altersteilzeit und habe dummerweise eine Altersrente mit Vollendung des 63. Lebensjahres beantragt. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hat der da gemacht? Naja, wir konnten das Rad nochmal zurückdrehen. Aber es wäre, es hätte, wenn nichts passiert wäre, wäre das in einer Katastrophe geendet. Also grundsätzlich ist es so, in dem Moment, wo Sie in irgendeiner Phase der Altersteilzeit eine Rente beantragen, sei es eine Altersrente oder Sie bekommen eine Erwerbsunfähigkeit, eine Erwerbsminderungsrente, tritt ein sogenannter Störfall ein. Störfall heißt, der Arbeitgeber muss die gesamte Altersteilzeit komplett abwickeln. Zu Ihren Nachteilen natürlich, völlig klar. Ja, so, das hätte jetzt in diesem Fall zur Katastrophe geändert. Sie dürfen Ihnen steht es rechtlich nicht, also Sie können das gerne machen, aber Ihnen steht es rechtlich nicht zu, laut dem Altersteilzeitvertrag in der passiven Phase, wenn Sie zu Hause sind und Geld bekommen, gleich schon eine Rente zu beantragen. Das können Sie danach machen, wenn die Altersteilzeit ausgelaufen ist. Das heißt also, Sie merken sich bitte, wenn Sie nicht blindsehenden Auges in eine Katastrophe rennen wollen, in eine finanzielle Katastrophe vor allen Dingen rennen wollen, dann bitte keine Rente oder zumindest keine Altersrente während der Altersteilzeit beantragen. Wenn jemand natürlich krank wird und kann dann gar nicht mehr arbeiten und muss eine Erwerbsunfähigkeit, eine Erwerbsminderungsrente beantragen, ist das eine völlig andere Geschichte. Aber eine Altersrente sollten Sie bitte erst dann beantragen, wenn die Altersteilzeit de facto komplett vollständig beendet ist. Ansonsten gibt es riesen Ärger. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.